Heute ist es mal wieder in der Zeit, auf das Ergebnis der Community-Umfrage zu blicken, die dieses Mal 404 Teilnehmer hatte und demzufolge haben dieses Mal 20 mehr teilgenommen als bei der letzten Umfrage im Februar. Der Zeitraum, der steht unten rechts, die Umfrage ging vom 17. März bis zum 23. März und wir schauen uns zunächst einmal das Ergebnis der Sonntagsfrage an, also welche Partei würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Auf Die Linke sind dieses Mal 8,2% der Stimmen entfallen, damit ist Die Linke im Prinzip fast genauso stark wie im letzten Monat, da hatte Die Linke 7,8% gehabt. Mit den 8,2% wird Die Linke 5 stärkste Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht bleibt zweistellig, verliert zwar etwas, aber kommt auf 11,9%. Das reicht in diesem Fall zu Rang 3. Die SPD ist schwächer als Die Linke, kommt auf 7,2%, gewinnt allerdings 0,7% Punkte hinzu im Vergleich zum Februar und auch die Grünen verbessern sich und zwar um 1,2% Punkte auf 15,3% und sind nun zweitstärkste Kraft. Die FDP, die letztes Mal bei unter 5% lag, hat es jetzt dieses Mal knapp auf über 5% geschafft. 5,2% sind es jetzt am Ende des Tages. Es sind also 1,8% Punkte mehr als beim letzten Mal. Die Unionsparteien verlieren dagegen und zwar verlieren sie deutlich 4,5% Punkte, das werden wir gleich auch nochmal sehen. Und die Union wird dieses Mal nur viertstärkste Kraft hinter dem Bündnis Sarah Wagenknecht und kommt auf 11,4%. Und auch die AfD hat verloren, auch klar verloren, das sind 5,4% Punkte an Verlusten. Und jetzt kommt die AfD auf 24,8%. Konnte also das Niveau von den über 30% vom letzten Mal nicht halten. Und die Sonstigen kommen insgesamt auf 16,1%. Da werden wir uns auch mal gleich anschauen, auf welche Parteien sich diese Stimmen verteilen. Schauen wir nochmal dezidiert auf die Gewinne und die Verluste. Ich habe ja im Grunde schon fast alles eben schon gesagt gehabt, was die Gewinne und die Verluste betrifft. Die Sonstigen haben am größten zugelegt und am stärksten zugelegt mit plus 7,5% Punkten. FDP und Grüne haben über 1% Punkte zugewonnen. SPD und Linke dagegen haben zwischen 0 und 1% Punkte zugewonnen. Und bei den Verlierern haben wir das Bündnis Sarah Wagenknecht minus 1,6% Punkte und die beiden großen Verlierer die Union und die AfD. Jetzt schauen wir mal auf die sonstigen Parteien. Das konnte ja von allen ausgewählt werden, beziehungsweise da konnten alle eine Partei reinschreiben, die die Sonstigen ausgewählt haben. Und da hat die Partei mit 29 Stimmen 7,2% also am Ende geholt und würde unter diesen Umständen auch in den Bundestag einziehen. Ansonsten kommen alle anderen Sonstigen Parteien nicht auf mindestens 5% der Stimmen. Schauen wir jetzt mal auf die Frage mit den größten Kompetenzen und fangen wir da mit der Außenpolitik an. Das ist ja ein Feld, das momentan in der Hand der Grünen ist. Dort hat allerdings die Union von euch die größte Kompetenz zugesprochen bekommen. 90 Stimmen sind auf die Union entfallen, 82 auf die AfD und die Grünen sind der drittstärkste Kraft geworden mit 59 Stimmen. Das macht dann umgemünzt im Prozent 14,8%. Aber wir sehen, es gibt so im Prinzip keine Partei, die jetzt eine ganz klare Führung hat zwischen Union, AfD und selbst auch bezogen auf Grüne und SPD ist der Vorsprung gar nicht so groß. Bei der Bildungspolitik hat die AfD die Nase vorne mit 81 Stimmen, beziehungsweise 20,7% der Stimmen. Es gibt aber auch hier keine Partei, die exorbitant stark geworden ist. Also die AfD führt das Feld an, dann vor der SPD die 6,7% Punkte dahinter liegt. Aber wir sehen, wir haben einige Parteien im zweistelligen Bereich. Und ja, wir sehen ja Linke, Grüne, FDP und Union haben alle mindestens 10% erhalten. Also da ist es sehr, sehr unentschieden, wer da wirklich die größte Kompetenz hat, eurer Meinung nach. Die Finanzpolitik, das ist ja aktuell die Domäne der FDP in der Bundesregierung. Und da sehen wir, dass die FDP auch ziemlich verhältnismäßig stark abschneidet mit 14,7% und 58 Stimmen. Die Union hat gerade mal eine Stimme mehr erhalten. Die meisten Stimmen hat die AfD mit 67 erhalten. Aber auch hier gilt, es gibt eigentlich keine Partei, die so wirklich herausgehoben stark geworden ist bei dieser Frage. Hier ist es sogar noch unentschiedener als zum Beispiel bei der Bildungspolitik. Bildungspolitik und die stärkste Kraft hier bei der Finanzpolitik hat sogar weniger Prozent erhalten als bei der Außenpolitik. Schauen wir mal auf die Gesundheitspolitik. Da sehen wir, dass die SPD verhältnismäßig stark geworden ist. Sie hat 111 Stimmen erhalten, die AfD auf Rang 273. Also es sind fast 10% Punkte Forschung für die SPD. Wir können also festhalten, was die Gesundheitspolitik betrifft. Schaut ihr da oder seid ihr da mehr von Parteien im Mittellinksspektrum überzeugt. In der Innenpolitik ist das Ganze dagegen andersherum. Da hat die AfD doch einen ziemlich klaren Vorsprung auf die Union auf Platz 2. 27,1% sind es für die AfD geworden, 15,7% für die Union oder in Stimmen ausgedrückt. 107 Mal wurde die AfD ausgewählt, 62 Mal die Unionsparteien und die SPD. Die aktuelle Kanzlerpartei folgt mit 54 Stimmen. Bei der Migrationspolitik haben wir auch hier ein sehr klares Ergebnis zugunsten der AfD. 122 Stimmen sind das geworden. Und die nächst stärkere Partei, das Bündnis Sarah-Barnknecht, hat weniger als halb so viele Stimmen wie die AfD bekommen, nämlich 51. Das macht dann am Ende 12,8%. Also da gibt es tatsächlich einen klaren Trend, was die Kompetenzen betrifft, eurer Meinung nach. Und bei der Umweltpolitik ist das, glaube ich, auch wenig überraschend, dass die Grünen da besonders stark geworden sind mit 37,4% oder 149 Stimmen. Die zweitstärkste Partei, die AfD, hat dagegen nur 65 Stimmen erhalten. Dann bleibt noch die Wirtschaftspolitik übrig. Das ist ja aktuell in der Hand der Grünen. Und da sehen wir, das ist völlig unentschieden. Da hat die Union die meisten Stimmen erhalten, 70 Stück. Drei weniger hat die AfD erhalten mit 67. Und die Grünen haben 51 Stimmen erhalten, genauso wie die FDP. Wir können also mal festhalten, was die größten Kompetenzen in den Politikbereichen betrifft, ist es oft relativ unentschieden. In der Gesundheitspolitik, in der Innen- und Migrationspolitik und in der Umweltpolitik ist es allerdings so, dass man da doch eher klarere Favoriten bei euch findet. Und ja, da entsprechend auch größere Vorsprünge mal vorherrschen. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Politiker-Ranking. Ihr seht das hier so aufgearbeitet. Es gab ja 21 Politiker, über die man abstimmen konnte. Also man konnte positive Bewertungen abgeben. Und wir sehen, die meisten hat Boris Pistorius erhalten mit 175. Robert Habeck folgt auf Rang 2 mit 147. Und dann folgt Sarah Wagenknecht auf Rang 3 mit 118 Stimmen. Nun, sie hatte beim letzten Mal, als die Parteichefs abgefragt wurden, 116 Stimmen erhalten. Und war damals auf Rang 2, jetzt ist sie auf Rang 3. Und die führende beim letzten Ranking, Alice Weidel, kommt dieses Mal nur auf Rang 4 mit 117 Stimmen. Und hat dann doch, also Wagenknecht ja auch, die beiden haben dann doch schon einen gehörigen Rückstand auf Boris Pistorius. Und auch einen spürbaren Rückstand auf Robert Habeck. Ja, Annalena Baerbock ist auf Rang 5. Dann kommt der erste CDU-Politiker mit Daniel Günther. Ja, und der Parteichef der CDU, Friedrich Merz, der findet sich erst auf Rang 14 wieder mit gerade mal 59 positiven Stimmen. Ja, und so richtig mies erwischt hat es eigentlich den Bundeskanzler Olaf Scholz. Der kommt nämlich nur auf 41 Stimmen und ist das Schlusslicht in diesem Ranking. Und ja, ich werde dieses Ranking jetzt mal in den nächsten Monaten auch immer so laufen lassen. Vielleicht werde ich mal Politiker rausnehmen oder neue hinzufügen, das muss ich mal schauen. Aber wir werden uns mal immer wieder mit diesem Ranking hier befassen. Ihr könnt übrigens, das noch als kleine Ergänzung hierzu, jeweils sehen, wie gut beim Ranking letztes Mal die Politiker waren, die zumindest Stimmen erhalten haben, beziehungsweise positive Bewertungen erhalten haben. Beim letzten Ranking konnte man allerdings nur positive Bewertungen für 14 Politiker abgeben, dieses Mal für 21. So, gehen wir mal weiter. Dann ging es nämlich noch um den Streit zwischen der Bahn und der GDL und die Frage, welche Haltung ihr zu den Streiks habt, beziehungsweise welche Haltung du zu den Streiks hast. Und da gibt es doch ein tendenziell klares Stimmungsbild. Die meisten von euch, also eine klarere absolute Mehrheit, ist der Meinung, dass die Streiks gerechtfertigt sind. Nichtsdestotrotz, 38,6 Prozent finden sie auch ungerechtfertigt. Aber viel umstrittener ist die Frage hier gewesen, sollte Deutschland der Ukraine mehr Waffen und Munition zur Verfügung stellen. Da gibt es gerade mal eine knappe Mehrheit für Ja. Das heißt, mehr oder weniger ist es unentschieden. Und wenn es dann um Marschflugkörper vom Typ Taurus geht, ist das Stimmungsbild auf anderer Weise relativ deutlich. Nämlich da hat das Nein eine klare absolute Mehrheit im Vergleich zum Ja. 57,9 Prozent zu 42,1 Prozent. So, gehen wir mal weiter zur Europäischen Union. Die Europawahl steht ja an und in irgendeiner der nächsten Umfragen werde ich auch mal ein bisschen mehr zur Europawahl abfragen. Wenn wir erst einmal auf die Noten für die Europäische Union blicken, dann sehen wir, dass sie so mittelgut ankommt. Die meisten Noten gab es im Dreierbereich, dann haben wir den Zweierbereich und den Viererbereich fast gleich auf. Aber auch einige von euch geben der Europäischen Union nur eine mangelhafte oder eine ungenügende Bewertung. Dagegen hat die Note 1 gerade mal einen Prozentwert von 2 Prozent. Also sehr wenige von euch halten die Europäische Union für sehr gut in ihrer jetzigen Form. Im Schnitt macht das, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Note von 3,67. Ich mag mich auch irren. Also insgesamt ist das im Schnitt eine 4+. Das ist nicht so berauschend, könnte natürlich schlechter sein, aber wir sehen, die Union, also die Europäische Union, kommt so mittelgut weg tatsächlich. Ja, und dann gab es noch die Frage, ob ihr wählen geht bei der Europawahl. Da gibt es eine überwältigende Mehrheit für ja. 26 haben gesagt, sie sind nicht wahlberechtigt und können deswegen nicht wählen gehen. Und nur 6 haben gesagt, dass sie zwar wahlberechtigt sind, aber nicht wählen gehen werden. Tja, und damit sind wir mit den wesentlichen Inhalten dieses Videos durch. Wir gucken noch schnell auf die Altersstruktur. Eine absolute Mehrheit befindet sich im Alter von 18 bis 29 Jahren. Mit 224 Teilnehmern, die das angegeben haben, ist das der deutlich größte Balken. Und hier seht ihr noch die Ergebnisse der letzten interaktiven Umfragen seit Juni 2021. Vor allen Dingen interessant ist es natürlich seit Januar jetzt mit den neuen Community-Umfragen. Und vor allen Dingen die letzte und diese Umfrage waren ja Umfragen mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Und ja, schauen wir mal, wie das dann im April sein wird. Das soll es also für heute gewesen sein. Und das war es mit den aktuellen Ergebnissen der interaktiven Umfrage.